Musik Also in erster Linie war das als Abschlussorben der Musicalschule. Ich wollte einfach die Gegensätze aufzeigen. Musik Das ist wirklich eine Lebensschule. Und genau so habe ich die Entwicklung von Christian Querde an unserer Schule erlebt. Den Christian habe ich kennengelernt als jemand, den ich das Gefühl hatte, ich glaube, der ist irgendwie nur auf der Alp aufgewachsen. Musik 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 Musik